Hallo und Willkommen wieder zurück hier bei Mirror's Edge. Wir haben den Drama-Button gedrückt. Was für ein Folgenstart. Unfass hinter mir weg. Ich beweg mich ja, ich beweg mich ja. Juhu, juhu, tschüss, oh. Wow, lass mich doch in Ruhe bitte. Los, los, los. So, nochmal. Zieh dich hoch. Ja, okay, komm ey, der steht direkt neben dir und während du dich noch hochhangst, ballert er dir schon ab. Alles, was er hat rein. So, Drama-Button. Okay. Drama-Button. Ja, komm ey, du Wichsbirne. So. Ja, komm ey, du Wichsbirne. Ja, komm hier. Ja. 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 Ja, spänkt. Ja. 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 Oh, komm, ey. Einen halben Meter vor dir. Du Benner. Da, warten. Da, zerkommt. Alter, ich hasse dich, du. Ein halben Meter. Geh, 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 peh, geh, geh, peh, geh, peh, du nach. Kann man so scheiße nur dastehen? Hör mich raus. Ja komm. Was war denn das jetzt bitte? Keine Motivation oder was? Drama-Button. Dilloo. Alter, ich bin immer daneben. Fuck you. Fuhu. Ja, ich mach schon einen Angriff. Alter, lass dich doch mal verprügeln. Das ist so eine Stelle, das regt mich auf. Warum trifft er mich? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Haaah! Abwechslung Du Missgeburt Sieht aus, als wären die PKI-Büros irgendwo vor dir Vor mir Ach was, das sind die Büros, wo ich hin muss Ne, oder? Oh Guter Knarre Ich glaube, wir müssen vergessen Doch nicht Das fällt von selbst auf, okay Na, hör auf Alter, nicht du zu leben Du zu sprühen, hey Na, na Geht doch. Und runter. Packing-Area A bis C Feuerhose. Maul. Hinter der Förderanlage. War man nicht gerade bei der Förderanlage? Also müssten schon dahinter sein, ne? Das ist ein Meer, richtig. Da hoch? Ja, was schnell? Wohin soll ich denn? Ja, da hoch. Merk. Jetzt finde ich noch immer ein Bewirrg. Warum kann ich da eigentlich reingehen? Das muss doch irgendwie mehr Sinn haben, oder? Und wo könnte man sich jetzt schwingen? Nirgends mehr, ne? Plötzlich. Toll, das wollte ich jetzt absolut nichts. Was ist mir gekommen? Naja. Na ja. No smoking, okay. War da vielleicht eh richtig? Mädchen. Mädchen. Und nun? Bin ich völlig abgebogen. Ne, doch nicht. Geht doch nicht anders. Ey, ich habe gerne einen Rappel, da. Das ist zu hoch. Das ist klar. Alter. So. 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 Geht ihr vielleicht mal ran? Hier gab es vorhin einen Eindruck. Und ihr Typen, lasst sie abauen. Schnelles Eingreifen? Ha! Das ist wohl ein Witz. Und glaubt ja nicht, dass ich das verschweige. Amateure! So. Ich dachte, das tut mir schon eine ganze Zeit. Ich dachte, das tun wir schon die ganze Zeit, weil er mir schon wieder ins Wort gefallen ist. Ist der Koffer? Okay, nein. Okay, ja. Okay. Äh, gar nichts. Okay. Okay. Lass aus, der Leiter. Oh, ich habe mich noch in rückliche Lage gebracht, bevor ich da abstürze. Oh, das war alles zu... zu übermotiviert. Ich habe mich noch in rückliche Lage gebracht. 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 Filter. Ach scheiße, jetzt hab ich mal gedacht, ich mach mir einen schönen Runder. In einem... Oh! Zugt durch hier alles so. Jetzt hat ich da alles gequietscht. Das war wieder mein Stuhl. Uh! Möchte gleich unter dir sein? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, jetzt ist es schön, einfach mal so rund zu hängen. So. Okay, und weiter. Okay. 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 Dieses Rätsel lösen wir in der nächsten Folge von Mirror's Edge. Ich sage wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay. 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 Okay.